Moin Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen, etwas konfusen Video, denn ich werde im Nachhinein einen kleinen Filmschnippslein blenden, wo man sieht, wie, kann man es Feind nennen, ich denke mal schon, wo ein Feind von uns, ein Kumpel von mir, killt, der es sich Ingame S.G.D. nennt. Ähm, wieso, weshalb, warum er gekillt wurde, liegt daran, ist aber auch ein bisschen bescheuert, warum er gekillt wurde, weil es hinten und vorne keinen Sinn macht, aber um das Ganze nochmal ein bisschen zu erläutern, ich war mit Kumpels, beziehungsweise mit Freunden in einer Sitzung drin, wo wir halt so ein paar Rem gemacht haben und so irgendwas, Äh, ich bin dann halt aus dem Job raus, bin dann halt zufällig bei diesem Typen, äh, von Roadrunner, bin ich halt in die Lobby reingejoint, wo ich halt davon überhaupt nichts wusste, und zwar 0,0 Und, äh, ein anderer Kollege aus einer anderen Crew, äh, hat mir geschrieben, ja, hey, äh, Achtung und so weiter und so weiter Und, äh, da hab ich halt auf die Karte geguckt, nachdem er so, ähm, okay, scheiße Ähm, was ich jetzt genau, ähm, gesagt, beziehungsweise gedacht hab, äh, möchte ich jetzt hier im Video nicht erwähnen, weil das hat Gründe, wieso, weshalb, warum ich das nicht erwähnen kann, beziehungsweise nicht erwähnen will Und dann hab ich halt zu meinem Kumpel gesagt, hey, pass auf, der und derjenige ist halt grad in der Lobby, wo ich halt auch drin bin Und dann hab ich halt meinen Kumpel mit eingeladen in die Lobby Und mein Kumpel ist dann halt ganz normal ins Casino gegangen, hat er halt normal gedreht und sonst irgendwas Und dieser Typ hat halt gemeint, er muss halt von meinem Kollegen irgendwie in den Oppressor zur Stunde oder keine Ahnung wie oder wie auch immer Und, ähm, hat ihn dann halt geschrieben, irgendwie im Vorfeld, äh, hallo halt mit seinem echten Vornamen und sonst irgendwas Und, äh, als er dann halt irgendwie aus der Spielhalle draußen war Was ihr auch nachher in dem Kurz, äh, Videoschnitt sehen werdet Dass halt mein Kumpel, der sich wie gesagt Ingame SGD nennt, dass der halt von diesem Roadrunner, wenn ich's aussprechen kann will, wie auch immer Ähm, halt von dem gekillt wurde Obwohl mein Kumpel ihm nur geschrieben hat, hallo, mehr nicht Er hat nicht irgendwie Schimpfwörter geschrieben Oder dasgleichen Da kam nichts Und, äh, mein Kumpel hat dann auch gesagt Ey, ich kann das absolut nicht nachvollziehen, warum ich jetzt hier gekillt werde Und ich hab zu ihm auch selber gesagt Ey, ich, pass auf, ich kann das auch nicht nachvollziehen, was da los ist Und hab das dann halt, und hab das halt da, äh, äh, pfff Klar Mann Ne, und hab dann, äh, halt deswegen die Aufnahmen eingeschmissen Um halt zu sehen Wie mein Kumpel, ja, okay Ihr könnt jetzt zwar nicht sehen, wie mein Kumpel gekillt wurde Aber es wurde zumindest angezeigt, wie oft er gekillt wurde Und ich finde, das reicht eigentlich schon komplett aus Um zu sagen, dass bei manchen Leuten einfach was, was virtuell angeht Einfach der Verstand komplett aussetzt Also da haben manche Leute meiner Meinung nach einfach kein Gehirn mehr Und, äh, das soll jetzt nicht irgendwie, äh, eine Beleidigung oder sonst irgendwas, äh, sein So, und das ist, das ist Fakt Das ist eine Tatsache Dass dann bei manchen Menschen jetzt irgendwie um In-Game-Streit geht Also sonst irgendwas, dass dann bei manchen Leuten einfach der Verstand komplett aussetzt Und da verstehe ich nicht wieso, weshalb, warum Und, ähm, äh, ähm, ähm, ja, gut Äh, ich weiß jetzt nicht warum das Glas hier in der Luft schwebt aber also leute ihr seht das glas ist weit weg vom bett und es schwebt einfach mal in der luft jetzt gibt es ja nicht hier aber noch mal auf das andere thema zurück zu kommen ich habe einen videoclip wie gesagt erstellt er geht jetzt nicht so lange da habe ich auch mein ingame namen raus geschnitten geschnitten hat gründe werde ich aber nicht sagen welche gründe das hat hat einfach gründe und ja leute könnt euch jetzt den kleinen ausschnitt falls euch gefällt lassen leichter und jetzt hat viel spaß mit dem kleinen ausschnitt aufnahme läuft so leute kleine information ich habe jetzt mal die aufnahme angeschwissen weil mein kumpel der sgd hier gerade von dem roadrunner gekillt wird komplett bescheuert ich werde ich werde ich noch mal kurz hinfahren weil ich bin passiv so das raus kann ich eigentlich dem videoclip wieder so leute jetzt habt ihr mal gesehen wie hier der rotor noch mein kumpel killt geht gar nicht so eine aktion einfach ohne grund direkt drauf los stochern ich werde ich werde ich werde den clip jetzt dann noch kurz schneiden welchen auf jeden fall holen dann könnt ihr euch den mal anschauen erst eine bewertung da falls ihr immer von den clips haben wollt und ja wo ja